Ich war vor dem Finale schon ziemlich müde. Ich war zufrieden. Ich wäre mit dem sechsten Platz total zufrieden gewesen. Auf der Zielgerade habe ich gedacht, eine Medaille könnte sich ausgehen. Ich habe gewusst, schieben kann ich. Ich habe gewusst, dass ich nicht im Überblick. Ich war einfach nur noch ein größeres Schokohaus. Ich wollte es bächtet. Ich bin für die Abkommen. 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 Am Ende ist Gold geworden. Es ist unglaublich, es ist so cool, es freut sich jeder, es passt einfach mit einem tollen Team-Spirit und wir halten es super zusammen. Ich kann es selber noch kaum fassen, man läuft im Prolog und da war ich Vierte und dann vor dem Viertelfinale war ich extrem nervös und dann passiert es einfach, man ist auf einmal im Finale und man schiebt einfach nur mehr, was geht. Ich bin eigentlich ohne Erwartungen reingegangen, ich wollte mein Bestes geben, dann nach dem Prolog war viel zu erwarten, ich war Vierte und dann wollte ich ins Halbfinale kommen und im Finale war ich schon zufrieden und dass es dann Gold wird.